Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mad Max. So, dann können wir uns hier noch ein bisschen Zeug schnappen. Ne, ich will, eigentlich will ich den... Eigentlich möchte ich gerne den Loot mitnehmen, fürs Spiel. So, das hat jetzt zumindest mal funktioniert. Dann... Beute nehmen, genau. Ja, das war Sinn der Sache. Oh komm, hier muss noch was zum Spielen mit. Zerstören Dinge. Dafür ist es doch da. Okay, hier gibt es glaube ich auch erstmal nichts Neues. Wasserbräutchen nochmal, sehe ich gerade. Wasser wäre eine ganz coole Sache. Ah ja. Wenn man davon spricht. Ne, das ist gar kein so Wasserzeug. Schade. Das sah gerade ein bisschen danach aus. Da ist Wasser. Dann komm doch mal zu Papa. Wenn die da schon so rumsteht, warte mal. Ich komm gleich nochmal. Ich hol mir gerade noch ein paar Stöcke mit. Beziehungsweise einen. Ich glaube da war auch die nächste Dings schon wieder. Nächste Insignia. Da hinten dran. Aber wir haben ja auch gerade erst angefangen mit dem Lager in der letzten Folge. Da bleibt noch einiges zu tun. Noch nicht. N華ien engines staturen. Mit demnodon? Du hast ihn ausgelenkt! Da sind uns leeryez Jerming! Elelin empieza! Kommen! Geh ihm! Geh ihm! Smell. Geh ihm! Geh ihm! Geh Lucky! Na gut, das wär's mit euch. Dann müssen wir jetzt hier auf die der konventionellen Dinger zurückgreifen. Aber gut, das ist ja auch kein Problem. Dankeschön. Ich ballern wir auch mal grad weg. Noch haben wir Munition. Oben wäre noch Schrott. Ein bisschen Schrott hab ich jetzt noch gar nicht großartig mitgenommen. Aber das lässt sich ja ändern. Wie gesagt, wir haben ja noch einiges vor uns. Okay, da brauchen wir eine Explosion. Ordnung. Ach ja, Heilung wär aber auch nicht verkehrt. Da kann ich gleich noch mal das Wasser nachfüllen. Das heißt, mittlerweile reicht halt eine Flasche nur, um es halb aufzufüllen. Aber wir haben halt auch unsere Lebensenergie mittlerweile ziemlich hoch gelevelt. So ist das ja nicht. zack. Fröhliches Explodieren. Oh ja, sehr schön. Nein, ich wollte das Ding noch mitnehmen. Wo muss denn hier alles auf einem... auf einem Button liegen? Das ist doch blöd. Wieso sind wir hier wieder neu auf einmal? ZAIN. So. Dann nutzen wir mal aus, dass wir hier quasi das Zeug umsonst haben. Zerlegen mal alles mögliche. Stimmt, da liegt ja noch was. So, auf zu Insignien. An dir ist gar kein bisschen Tür. Ups. Aber ja, das ist tatsächlich ein größeres Lager, als ich dachte. Ja, warten schon die Nächsten. Moment. Ich komm gleich wieder. Ich hol mir noch grad was mit, ne? Ach, hier gäbe es auch so doch was. Ja, das war. Das ist ein Mordelari! Wir brauchen backup! So, die Herren. Ging ja das mal ganz gut. So mag ich es. So kann es gerne weitergehen. Eigentlich mal noch großartig. Ähm, Waffen hier gebraucht. Aber diesmal waren die auch gut zu erledigen. Netterweise. So, sprengen wir mal alles, was hier irgendwie nach Sprengung aussieht. Das hätte eventuell auch schon was bringen können, glaube ich. Dass wir da ein paar Leute mit eliminiert hätten. Kriegen wir da mit einem? Jo. Sehr gut, hier gibt es endlich mal wieder was zu mitnehmen. Hey, Vern. Das ist, äh, ist das letzte, was du vom weißen Geist und von der Beute aus der Bank sehen wirst, Idiot. Viel Spaß, wenn du so einen Knast in den Arsch kriegst, Joey und die Jungs. Ja, wahrscheinlich. So, dann schauen wir doch mal. Achso, oder? Ne, war ich hier oben schon mal? Irgendwie läuft das hier auch immer alles wieder zusammen. Aber wir haben noch einen. Wir haben noch ein paar Tanks, die wir zerstören müssen. Wir haben noch diverses anderes Zeug. Hinten flickern die Texturen rum, schon da oben war ich auch noch nicht. Da gibt es ja auch noch was zu mitnehmen. Okay, das muss ich sagen, das Lager dauert doch gerade etwas länger, als ich erwartet habe. Aber gut. Macht ja auch Spaß. Ne, ihr habt ja nichts mehr hinterlegt. Ein Trank, ein Insignium und halt noch eine Menge Schrott. Gut. Habe ich gerade Trank oder Tank gesagt? Trank brauchen wir aber auch nochmal. Oh, wir haben ja genau, der Tank müsste ja eigentlich gekennzeichnet werden. Mal gucken, was wir jetzt hier unten noch alles finden. Ist wir da echt runter? Ne, ich glaube nicht. Ich denke, da oben ist noch was drin. Dann die letzte Insignia. Das lief jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ist das? So, cool. Das lief schön. Das gab halt auch durch die Wut-Exekution noch ordentlich Punkte. Es fehlt genau ein Schrott jetzt. Das ist der letzte Transfer-Tank. Gut, da oben scheint aber noch was zu sein. Hier habe ich es ja von außen gesehen, dass da Schrott rumgeiert. Danke. So, dann können wir uns nämlich jetzt... Waren das die Reifen? Ne, die sind noch zu teuer. Irgendwo war da was für 900. Ah, genau. Der Motor. Sehr cool. Dann... Ja, ich glaube, wir holen uns gerade mal den Tank noch. Zwei Schrott. Okay, dann gucken wir mal. Oh, dann ist letztes bisschen Leben wieder auffrischen. Hm. Könnte denn noch Schrott sein? Ja gut, bringen wir das erstmal zu Ende. Da haben wir das jetzt schon mal und dann halt die letzten zwei Stücke Schrott. Hm. Dann laufen wir halt hier nochmal alles ab. Ist denn irgendwo ein Gebiet, wo ich noch nicht so aktiv geschaut habe? Hier eventuell? Ah. Sehr gut. Stimmt, das hat mir nur aufgesprengt und da bin ich aber nicht reingelaufen. Ansonsten vielleicht hier draußen noch irgendwo. Kann das sein, Jungs? Wie sieht es denn bei euch mit Schrott aus? Hm. Hier müsste ich ja eigentlich genug haben. Beziehungsweise alles... Ja, hier habe ich soweit alles abgefrühstückt. Sehe ich hier noch irgendwo was. Ähm. Zieht jetzt wieder ein Sturm auf? Oder machst du einfach nur so Blödsinn? Vielleicht da oben. Und das schon mal Nächstes haben sie auch ganz gern mal irgendwo unter Treppen oder so versteckt. Ja, komm, wir müssen mal den Rest Wasser noch raus. Gerade können wir es ja gut gebrauchen. Aber ansonsten... Hier sieht es gar nicht mal so verlockend aus. Da kam ich her. Ich schätze, wir müssen doch nochmal hier hochgehen. Ah, hier wird es auch reingehen dann. Aber ich will ja nicht runter. Ich glaube nicht, dass hier unten noch was ist. Mal das Zeug ist hier dann irgendwo versteckt. Umdrehen. Ja, da oben kann nichts sein. Die Insignen haben wir nämlich alle. Ah gut, hier war ich noch nicht drin. Gut, damit hätten wir das. So. Auf zum nächsten Lager, würde ich fast sagen. Oder? Mal gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Was wir dann mitnehmen könnten. Eigentlich soll es sich da oben festhalten. Gut. Schön alles repariert und fertig gemacht. Das ist gut. So mag ich das. Wie gesagt, wir haben jetzt da unten noch einiges. Dann gehe ich mir aber tatsächlich erstmal oben diese Vogelscheuche holen. Dann haben wir die nämlich auch mal. Sonst echt nichts mehr hier. Dann machen wir die letzten beiden Vogelscheuchen oder die Vogelscheuchen und ich glaube ein Sniper war ja noch da. Mal gucken, ob wir dann in der Folge das Lager noch hinkriegen. So, nebenher mal kurz das Ding zerlegt. Was mir auch noch gerade einfällt. Ich glaube, hier haben wir auch noch relativ viel Sachen zu suchen. Um die Festung auszubauen. Andererseits ich glaube, das kann ich wirklich dann später mal machen. So zwischendurch. So, nicht, dass ich auf blöde Ideen komme, ne? Gut, nö. So, hup, hup. Danke fürs Anschieben. Sehr freundlich. Das sind hier wieder Donnerstücke. Dann nutzen wir das nochmal zum Aufräumen. Dich kriegen wir ja so. Burn, baby, burn. 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 Burn, man. He's dented bad. Gunsure him. So. Die ganzen Spezialdinge auch mal genutzt. Ist das mein Loot hin? Ich dachte gerade schon. Oh Gott, ich komme jetzt schon in den nächsten. Meine Güte. So Action lasse ich dieses Spiel. So, ich glaube, dann können wir wirklich mit dem Nachbrenner irgendwann auch mal hingehen oder lohnt es sich dann auch irgendwann mal mit sie nachzufüllen. Das war ja bisher tatsächlich nie Problem. Aber gut, ob Griff vielleicht noch in der Nähe ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch gerade keine Punkte mehr übrig. Es kann gut sein, dass wir im letzten Mal alle ausgegeben haben. Okay. Okay. Naja, ist in Ordnung. Gucken wir mal, ob sie nachkommen. Sonst war ich halt echt nochmal einen kurzen Abstecher zur Festung nachher. Dass wir unsere Sachen nochmal auffüllen können. Ich glaube, dass wir der Sniper direkt in die Ecke vielleicht kriegen wir den auch direkt dann von von hier aus. Wäre ja schön. So, kriegen wir sogar von hier aus sehr gut. So, dann komm. Wir füllen mal nach. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Das hat sich ja richtig gelohnt, die Ganister noch mitzuschleppen. Aber gut. Dann haben wir zumindest wieder Platz für was anständiges. Hier ist auch noch irgendwo schon direkt den Zugang. Okay. Nehmen wir das noch mit? Jetzt sind wir hier. Könnt ihr da oben mal ein bisschen Spaß haben? Hi. Na? 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 Ich sollte auch nicht allzu viel Messer schwenden. Beziehungsweise langsam mal gucken, dass ich wieder welche kriege. So, damit hätten wir das. Ah. Sieben Punkte haben wir. Okay, dann lohnt es sich glaube ich echt nochmal zu Griffat zu gehen. Nixer Loot habt ihr hier. Recht. Ich glaube, Griffat ist halt auch gerade nicht hier. Dann haben wir tatsächlich nur noch ein Lager. Und halt hier diese Todesfahrt. Die ist verhältnismäßig verhältnismäßig nah. Okay, schnapp was ist Lager. Dann geht's ab zu Griffat. Sehr schön. Das war's da mit euch. Achso, das ist wahrscheinlich das Lager. Jupp, sieht ganz so aus. Sonderweise habe ich das wahrscheinlich schon zerlegt. Jetzt haben wir schon mal angefangen zu zerlegen. Oben fliegt irgendwas. Okay, wir haben glaube ich einen relativ langen Weg da vor uns. So, einmal nachladen bitte. Okay. So, dann kann ich es dann mal runter. Das kann ich auch. So, weg da mit. Weg da mit. Ich hole mal von hier. So, dann dürfen wir eigentlich so das Gröbste erledigt haben. Bevor das Auto in die Luft fliegt. Das ist doch ein bisschen mehr abgezogen, als ich dachte. Dödup, dödup, dödup. Ähm. Okay, ich dachte, ich kann das drehen. Ich schätze mal, hier ist dann der versteckte Pfad. Wir hier hochgehen. Ja, das sieht gut aus. So, hier gibt es relativ... Ja, okay. Da haben wir noch einiges zu tun, aber die Folge ist auch schon gleich rum, wie ich gerade sehe. Gott. Kollege. Steuerung. Wie viel macht das aus? Okay, reicht. Sehr schön. Oh, ich sehe Schrott. So, gut, kannst du da erstmal weg. gut, ich gehe cruscher. Mann. Hilfe. Oh, ich sehe. deer. Das geht. So, dann hauen wir euch mal alle um zu Matsch. Das war gar nicht mal so geplant. Ich wollte eigentlich blocken. So, die Herren, das ging auch einigermaßen gut. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.